Willkommen zu Nirgendrum spielt, ich habe mit Lara ein bisschen was erkundet, den Bären besiegt, bin jetzt hier etwas tiefer im Gletscher dran. Eine byzantinische Kriegsgalerie, wie zum Teufel kommt die hier runter? Wir sind in Sibirien! Oh wei! Da geht es tief runter, da will ich nicht runter. Und, gehen wir mal hier weiter. Ah, das ist das Optionales Herausforderung. Das ist klar. Und, keep off! Ah, noch was zu lesen? Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe sechs der besten Trinity Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Verzügel. Das wird unser erster Hall. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen. Und ich bin schläferig. Nur ein Nickerchen. Boah, nur ein Nickerchen. Sieht eher aus wie... Viele Nickerchen. Also ein unendliches Nickerchen. Da ist noch ein Fass. Das ist noch ein Fass. x2 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 x4 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 so nicht so nicht kann ich hier noch irgendwas tun ja kann ich ist jetzt absolut wahnwitzig ich hätte nicht noch mal springen sollen von der anderen seite ja erschifft großer Spaß So, dann schnell hinlaufen und reinspringen Geschäfte, mal sehen, was da oben ist Also, jetzt hier hoch Das leuchtet aber nicht Wow Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs Alte Fähigkeiten Schießen die Schnellen bis zu zwei Pfeile ab Ohne aus dass die Kirche einen neuen ziehen zu müssen Schließen Schießen sie Indem sie nach Abschluss des ersten Pfeils Linke Schnell linke Maustaste drücken und loslassen Aha Ja, und wieder ein Stück erledigt Machen wir hier das nächste Mal weiter Das war's